Der Bogen-Sport-Club Oberaurow Der Durchmarsch in die 1. Liga Heimpremiere auf der ganz großen Bühne für die Idsteiner ist ein Traum wahr geworden Für uns als Verein ist das ein sehr großer Erfolg Drei Jahre in der Regionalliga und dann Aufstieg in die 2. Bundesliga Und dann direkt Durchmarsch in die 1. Bundesliga Das ist für uns als Verein der größte Erfolg, den wir bis jetzt hatten Und das haben wir natürlich auch einem super starken Team zu verdanken Und das Team wird weiter starke Leistungen bringen müssen, um in der 1. Liga bestehen zu können Acht Teams kämpfen in der Bundesliga Nord um den Einzug in das Finale gegen die Bundesliga Süd Die besten vier sind qualifiziert und die letzten zwei Mannschaften in der Tabelle steigen ab Insgesamt finden in der Vorrunde vier Kampftage statt Also ist schon ein Sprung, man merkt das schon In der Regionalliga ist es noch okay, da kann man super auch mitschießen Auch wenn man da 54, 55 schießt, kann man da mal gewinnen, das ist kein Thema In der 2. Liga wird man schon des Besseren belehrt Wenn man da mal nicht so gut schießt, dann kriegt man auch schon mal einen auf die Mütze Und in der 1. Liga natürlich komplett Da muss man schon mindestens 57 Ringe pro Passe schießen, dass man überhaupt mithalten kann Und die Idsteiner Schützen bekommen das hohe Niveau zu spüren Am Ende des Kampftages rutscht Oberauroff auf Tabellenplatz 7 ab Für den Aufsteiger ist jedoch noch nichts verloren Ich bin sehr zufrieden heute Natürlich, der Tabellenstand ist aktuell nicht so optimal Aber wir sehen auch, dass noch alles drin ist Haben wir es bei Laufdorf gesehen Die waren jetzt bis zu dem ersten Wettkampftag auf dem Platz 1 Die ist das letzte oder vorletzte Und das ist auch unser Ziel Und da ist alles noch drin Wie die Saison am Ende auch ausgehen mag Der Aufstieg in die 1. Bundesliga allein ist schon aller Ehren wert Hoch über den Wolken Selbst unten in der Erde Überall ist Sonnenschein Im besten Service Und wirklich faire Preisen Werden wir ihr guter Energieanbieter sein ESWE Darauf können Sie sich verlassen ESWE COM ESWE